Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beste Qualität zum günstigsten Preis. Diese beiden Eigenschaften zeichnen Produkte aus, die sie nur bei GOP bekommen. GOP Exklusivmarken. Qualität und Preis sind aber nicht nur bei den Lebensmitteln wichtig. Auch wenn sie zum Beispiel Kinderbekleidung suchen, sind sie bei GOP im richtigen Laden. Trotz dem günstigen Preis kommen sie nämlich nicht einfach Kinderkleider rüber, sondern aktuelle Kindermode. Unsere Einkäufer und diese Exklusivmarken sorgen dafür, dass auch ihre Jüngsten nach dem aktuellsten Trend angezogen sind. Damit sie sich beim Aussuchen noch besser orientieren können, haben wir unsere Kinderkleider neu nach Grössen einteilt. BB heissen die 1,5-Jährigen bis Grösse 80. Mit dieser Ausstattung machen die ersten G-Versuche bestimmt noch mehr Freude. 1,5-Jährige bis 3-Jährige oder Grösse 86-98 finden sie bei den Minikids. Warme und bequeme Jeans, Sweatshirts, T-Shirts und Leggings gehen auf dem Spielplatz den Ton an. 4-8-Jährige oder Grösse 104-128 heissen dann logischerweise Kids. Mit diesen Jeans und Sweatshirts ist man garantiert noch schneller unterwegs. Die Grösse von 9 bis 14 oder Grösse 140 bis 164 dürfen sich jetzt Juniors nennen. Mega Stein, was man bei GoPalace findet, um angenehm auffallen. Schauen Sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns auch gerade mal die Kleiderabteilung und lassen Sie sich von den Kindermode überziehen lassen. Zu einem ganz anderen Thema, den Fertiggericht. Diese sollten gesund und schnell parat und abwechslungsreich sein. Kein Problem für Tour de Marché, Fertiggerichte, die speziell für Geniesser komponiert worden sind. Die abwechslungsreichen Gerichte enthalten nur natürliche und frische Zutaten, die Nährwert und Aromaschonend unter Vakuum zubereitet und pasteurisiert werden. Die Zubereitung zu Hause ist dann denkbar einfach. Es braucht nicht mehr als ein paar Minuten und Sie selber entscheiden, ob Sie dazu das Wasserbad, die Pfanne oder das Mikrowellengerät bevorzugen. Auch italienische Teigwaren-Spezialitäten finden Sie bei uns in der Treteurabteilung. Die Marke Lussardi garantiert für Frischprodukte von höchster Qualität. Neben den verschiedenen Tagliatelle gibt es von Lussardi auch feine Ravioli, reich beleidete Pizza und ganz neu auch Lasagne in zwei lustigen Varianten. Die Lasagne von Lussardi kann man direkt in der Originalverpackung im Ofen knusprig überbachen und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dazu Nein sagen kann. Im Markefenster sehen Sie heute, wie man mit Machi Finesse und ein bisschen Fantasie die grössten Erfolge verbuchen kann. Möre 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 Potage Finis von Maggi. Die feine, leichte Mahlzeit. Mit drei Neuheiten, jetzt in acht Sorten. Maggi, c'est magique. Weiter geht's mit dem GOP-Rezept. Es ist ein saisongerechtes Sauerkraut-Rezept und unsere Köchin nimmt dazu ein Naturaplan-Sauerkraut aus biologischem Anbau, das sie seit einiger Zeit bei uns kaufen können. Ein spezielles Sauerkraut verlangt auch ein spezielles Rezept. Warum nicht einmal einen Sauerkraut-Auflauf? Anfängt der Auflauf zwar mit Herdöpfeln, die ich schon gekocht und durchs einen Spatz mit reiten und jetzt wie gewohnt mit Anken, Pfeffer, Salz und Muskeln zu einem luftigen Herdöpfelstock schlagen. Speckwürfel knusprig braten und gehackte Zwiebeln glasig mittempfen. Die Hälfte der Speckwürfel und Zwiebeln mit Sauerkraut auf dem Boden einer Auflaufform verteilen, den Herdöpfelstock drüber geben und mit den restlichen Speckwürfeln und Zwiebeln bedecken. Anschliessend kann man diesen Auflauf im unteren Drittel des vorgeheizten Ofen backen und nach rund dreiviertel Stunden auf den Tisch stellen. Überraschen Sie Ihre Familie doch gerade morgen mit diesem Rezept. Es steht in allen Zeitungen, wo auch unsere Aktionen erscheinen. Wir offerieren Ihnen auch diese Woche besonders attraktive Angebote zum Sparen. Alle Äpfel in der 2,5 Kilo Tragtasche sind 2 Franken günstiger. Golden Delicious kostet z.B. nur 5,75 Euro. Drei Schachtel Gerber Galakäschen gibt es für nur 4,20 Euro. Der 6 Kilo Nachfüllbeutel Biancomat Compact kommen Sie über für 15,90 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Techstar Sweatshirt für Minikits ab 15 Franken und ebenfalls 15 Franken die dazu passende Denim Jeans. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. Alle Coop-Früchtequark im Duo kosten von jetzt an nur noch 1,60 Euro. Und wenn Sie diese Woche einmal gar keine Lust haben zum Kochen, verwöhnen Sie sich doch wieder einmal in einem von unseren Restaurants. Die indonesische Spezialität, ein Nudelgericht mit Crevettes z.B. kostet nämlich nur 9,90 Euro. Mit diesen Hinweisen auf das Aktion Wohnsangebot bin ich am Schluss vom 44. Coop-Studio des Jahres. Ich hoffe, es hat auch für Sie etwas dabei gehabt und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.